Ich bin losgezogen mit der Mission den besten Döner in Konstanz zu finden und da habe ich mich auf Google Maps mal ein bisschen umgesehen und dann ist meine Wahl auf den Dewam Döner gefallen sozusagen, den wollte ich mal testen, der scheint relativ neu zu sein, hat relativ wenig Bewertung, die sind aber ausschließlich positiv und dann habe ich mich da hingemacht, extra Bargeld abgehoben, ich glaube man kann erst ab 15 Euro mit Karte bezahlen und wie der Döner jetzt war, das erzähle ich euch im Video. So, der Laden ist relativ klein und versteckt und zwar neben dem Defne und die gehören auch irgendwie zusammen. Der Laden ist recht winzig und ich wurde zum ersten Mal von einer Dönerfrau bedient und die war überaus freundlich und sehr angenehm. Die hat es auch sehr sehr gut gemeint, da sage ich später noch was dazu. Das scheint eher so ein Männerding zu sein, oder? Also ich wurde bisher tatsächlich, fällt mir gerade auf, überwiegend von Männern bedient, wenn ich einen Döner bestellt habe. Ich zeige euch hier mal den Spieß und danach die Salatauslage. Hinten seht ihr die Soßen noch und wir werfen noch einen kurzen Blick auf die Speisekarte. Die Dönerproduktion funktioniert so, erst wird das Brot aufgeschnitten und im Ofen kurz aufgebacken, währenddessen schneidet die Bedienung den Kebab vom Spieß. Der brutzelt dann noch ein paar Minütchen auf diesem Spießgerät und dann wird alles zusammengebaut. Man wird gefragt, welche Soße man möchte. Ich habe mich wie gesagt rein für Tzatziki entschieden. Das Ganze kommt dann in Alufolie und kostet wie gesagt 7 Euro. Schauen wir uns die Speisekarte an. Guten Appetit, Affiet Olsun. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Speisen und Getränke zum Mitnehmen von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr und 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr. Samstag, Sonntag und Feiertage nur 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr. Theodor-Heuss-Straße 18 in Konstanz und das ist die Speisekarte. Es gibt Kebab im Fladenbrot mit Salat und Soße nach Wahl. Kebab vegetarisch, Salat im Fladenbrot und Soße nach Wahl. Kebab oder Falafelbox, wahlweise mit Pommes oder Salat. Dürüm, Kebab eingeholt im Jufka-Teig mit Salatsauce nach Wahl, beziehungsweise mit Salat und Soße nach Wahl. Weiterhin gibt es Dürüm vegetarisch, Falafel. Es gibt verschiedene Standardgetränke, unter anderem auch den Ayran für 2 Euro. Die Preise finde ich relativ moderat, sage ich mal vorsichtig, auch wenn ich klar für die Dönerpreisbremse bin. So und dann gibt es noch verschiedenes, Lama Cun, türkische Pizza mit gewürztem Rinderhackfleisch. Das Ganze mit Salat oder Spezial mit Salat und Soße nach Wahl. Sowie mit Kebabfleisch, Lama Cun Spezial. Dann gibt es Pide mit Sucuk, Kebabfleisch und Hackfleisch oder Pide mit Käse oder Pizza Margarita. Es gibt verschiedene Zusatzstoffe. In meinem Döner sind der Legende zufolge hauptsächlich Geschmacksverstärker drin. Den habe ich mir gegönnt, den klassischen Döner für 7 Euro im Fladenbrot mit Salat und Soße nach Wahl. Entschieden habe ich mich für Tzatziki. Alternativ hätte es noch gegeben Salatsoße und Cocktailsoße. Vielleicht sollte man das auch mischen. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich aber spontan für die klassische Variante eben entschieden. Und jetzt packen wir den Döner mal aus. Der sieht so aus auf den ersten Blick. Der war sehr, sehr schwer. Ich hätte fast gesagt 1 Kilo schwer, aber das glaube ich dann doch wieder auch nicht. Ich habe mir einen schönen Spot am Bodensee ausgesucht und jetzt wird geschlemmt. Ich habe riesen Hunger. Ich packe den Döner erstmal aus. Sehr gutes Brot fand ich. Allerdings seht ihr, der suppt jetzt schon durch, der Döner. Und ihr seht hier vielleicht auch, wie gigantisch groß der ist. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmt schon mal. Satt werdet ihr hier auf jeden Fall. Ich versuche jetzt aber irgendwie auch mal den Geschmack zu bewerten. Und auch die ganze Bauweise sozusagen. Also die ersten Bissen waren mir tatsächlich leider zu wässrig. Da war zu viel Kraut, Zwiebeln, zu viele dicke Gurkenscheiben, die irgendwie zu intensiv nach Wasser geschmeckt haben. Oder nach nichts, besser gesagt. Und da wäre ein Schuss Salatsauce obendrauf vielleicht nicht das schlechteste gewesen. Naja, hinterher ist man immer schlauer. Und dann habe ich mich langsam durch den Salat durchgearbeitet. Und dann kam das Fleisch. Und das war unfassbar viel. Und alles ist auseinander geflogen und durchgesuppt. Und das ist wirklich nichts, was man mal eben schnell sich in der Mittagspause reinpfeift. Ich glaube, ich habe mir die Jeans versaut. Und die Jacke und da braucht man mehr als eine Serviette, um hinterher die Flecken ansatzweise zu beseitigen. Also, wirklich, wirklich, wirklich gut gemeint. Ich freue mich natürlich, wenn ich viel bekomme. Aber da wäre weniger vielleicht mehr gewesen. Dann kann man das Ganze einfach besser essen. Und davon abgesehen habe ich halt auch einfach alles nicht geschafft. Es ist was übrig geblieben. Ich muss leider auch sagen, dass das Fleisch mich geschmacklich nicht vollends abgeholt hat. Leider. Das war nicht so intensiv fleischig, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte von einem Döner. Und da sowohl Geschmacksverstärker drin sind. Ja, und damit komme ich jetzt dann langsam auch schon zum Fazit. Also, ich bin kein Döner-Experte. Ich fange gerade erst an, mich so durch verschiedene Läden durchzuprobieren. Ich würde diesem Döner, denke ich, eine 3 geben. Das geht völlig in Ordnung, meiner Meinung nach. Befriedigend war er allemal. Die Zutaten sind sehr frisch, meiner Meinung nach. Das Fleisch, weiß ich nicht, was man da verwässern könnte. Die Würzung, meiner Meinung nach, vielleicht ein bisschen verändern oder so. Mit den Soßen muss man selber ein bisschen rumprobieren, bis man die richtige Kombination gefunden hat. Ich nehme an, man kann auch mehrere Soßen wählen. Ich hätte mir für den Salat noch irgendwie was gewünscht. Auch vom Zusammenbau her, das ist total durchgesuppt und auseinandergefallen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das war eine Riesensauerei, die ich da am See hinterlassen habe. Auch da könnte man sich über die Schichtung vielleicht nochmal Gedanken machen, sodass auch oben ein bisschen Fleisch mit dabei ist und das nicht alles unten sich sammelt. Ich fand es auch insgesamt etwas zu viel. Man könnte da etwas sparsamer den Döner füllen. So ein goldener Mittelweg aus Menge und ja, nicht erschlagen werden von dem Döner. Mich hat der Döner so ein bisschen erschlagen. Ich fand ihn sehr, sehr massiv vom Umfang her und finde das dann eher nicht so appetitlich, wenn ich vom Gericht erschlagen werde. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also durchaus befriedigend, gute, frische Zutaten. Das heißt, ich werde bestimmt wieder mal kommen und dann mal was anderes probieren. Vielleicht mal den eingerollten Dürüm im Jufka-Teig. Wer weiß, sehr nette Bedienung. Insgesamt ein gutes Gefühl nach dem Essen. Aber halt noch der ein oder andere Verbesserungsvorschlag von meiner Seite. Und das war es dann auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.